so liebe freunde damit begrüße ich euch herzlich mit einem rollenden kann ich leider zu viele kennt es vielleicht jetzt schon aber es ist noch die was alpha und ich habe in meine ausrüstung und stein dann ist es noch dabei und wie sie schon gemerkt haben und der ist hier irgendwo auf der map habe ich ja wir haben uns geilen server rausgesucht wo nicht so viele draufspielen natürlich kein server wo da was weiß ich zweimal leute drauf sind ja und der leckt auch nicht also bei jannis ist immer die verbindung gibt es leichte bei mir habe ich so eine verzögerung von 0,2 sekunden aber das ist mir scheißegal weil ich kann so gut spielen weil so spiele ich ja ständig ja kein holz mehr am baum voll geil der baum steht noch aber kein holz mehr da nein kein holz mehr so eine logik ja also jetzt sagt mir wo stehst du dass ich dich suchen kommen kann ja was siehst du von der siehst du irgend mehr auf sieben mehr 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 ok ich sehe mehr auch ok warte siehst du ich so ein fetter berg links oder rechts von dir wenn ich jetzt wie ich stehe mit blick zum meer ein riesen du meinst du so ein riesen riesen berg so ein berg halt als ein berg lieber links von mir so leicht links und ein riesen berg war hinter mir warte die kunde ja hinter mir ist auch so ein riesen berg warte wo stehst du dann aber ich weiß vielleicht wo du stehst pass auf siehst du so ein fettes penis gebäude so ein hohes gebäude so ein hohes gebäude aus holz wo andere spieler gebaut haben ähm ähm äh nein ok warte pass auf also du stehst an einem baum warte mal stehst du da vorne fast wenn ich steigte im wald ich bin nicht glücklich im Wald, also das sind vereinzelte Bäume vereinzelte Bäume naja, ich steig mal hier runter oh shit, ok also ich farme hier mal ein paar Steine dann kann ich mir auch gleich bessere Headshot bauen und alles ok und ich mach hier mal ein Steinen kaputt wie sieht man denn, wie die Spieler denn online sind? gar nicht glaub also ich hab's bis jetzt noch nicht rausgekriegt was hast du gesagt, ne 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 Gebäude, das aussieht wie ein Penis nein, das ist halt riesig groß, das ist nur hoch sieht nicht wirklich aus wie ein Penis ne, so ein Gebäude seh ich gar nicht ne, äh, äh kein Gebäude warte, stehst du da? ne, Leute, ist ein Wolf ja, ich seh auch einen Wolf warte wo stehst du? der Wolf greift an, glaub, gell? nein doch, sicher? aber da steht ein Schwein daneben ne, bei mir nicht warte mal, warte mal hörst du das? was? ich hab grad geschossen hast du grad was gehört? ne ok so aber ich geh jetzt mal auf so ne kleine Erhöhung, vielleicht seh ich da was weil ich steh jetzt an der Straße an der Straße ähm da sind Schweine und Zombiebären und alles warte, was? Zombiebären? ja ok also ich seh 0,0 Straße warte, wo ist deine Erhöhung? ich hab hier so Berge neben mir, die halt, das sieht halt das sind halt so, so vereinzelte Spitzen, also nicht so ein Blätterberg, wo halt eine Spitze hat, sondern in welche Richtung guckst du da, zum Meer oder vom Meer weg? da guck ich, äh, dann leicht links zum Meer vielleicht, wenn du, da ist da Radiation äh, keine Ahnung warum das so? mhm warte, das Meer ist leicht links ne, das Meer ist dann, von den Steinen ist dann leicht rechts ok, warte, pass auf guck mal hinter dich, ob da eine Straße ist ne, hinter mir ist ein Berge he he was, was lachst du jetzt? äh, weil wir uns nicht finden warte, was ist das? man sieht ja auch bloß kurz vorher den Namen das heißt, wenn das ein anderer Spieler wär, wär das halt scheiße ja, ja, ich hab ne Waffe gefunden bei so nem toten Bären in nem Beutel zombie, wer hat den Beutel da? besser gesagt, neben dem ist ein Beutel gelegen, was ist das da? liegst du grad dran, ne? oder kniest du? mhm oh lol egal, ich geh jetzt mal auf so nen Berg und dann guck ich mal wenn ich gleich sterb, dann weiß ich warum okay, wir können uns hier ganz leicht übersehen, weil du bist ja so ein ganz kleiner Pixel bloß in der Fall in der Fall die Stuh also wie gesagt ich bin jetzt bei so nem Berg der sieht halt irgendwie so so alpenmäßig aus also es ist jetzt halt nicht irgendwie so rund sondern total steinig Leute stehst du da drüben warte 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 mal kurz ich bleib jetzt stehen wenn du, wenn du jetzt du guckst grad zum Meer nein dann guck mal in Richtung Meer ähm keine Ahnung wo das ist siehst du mich rennen siehst du mich rennen mhm nein nicht wirklich weil ich renne jetzt und jetzt knie ich ja ich seh's nicht warte mal dann stehst du vielleicht auf nem anderen Berg egal ich lauf jetzt einfach mal zum Meer hin oder in Richtung Meer da wo du meinst wo Meer ist ok ich hab Meer du stehst direkt da Meer äh fast fast ok dann bist du aber weit weg ich komm einfach bleib einfach da wo du bist und dirigier mich ich lauf grad so nen fetten Berg hoch hast du was zu essen? ähm ja ja raw chicken 3 stück bau dir mal hast du holz? äh 40 bau dir ein campfire und brate das ok warte ich steh's auch mehr du bist einfach auf craft oder? ja auf crafting dann ja also ich bin jetzt direkt am Meer auf nem Berg auf nem Berg auf nem Berg am Meer warte warte stehst du auf der Wiese ne ich steh's ich bin jetzt auf nem Berg und lauf den grad runter du läufst runter bleib mal oben bleib mal oben ne ne ich möchte hier gern shit wie bin ich hier hoch gekommen? ich hab hier ein Erz oder so oder halt Metall gesehen dann bist du aber weit unten hey jetzt bin ich wieder auf der Wiese war auf dem Berg ne Wiese? nein nicht stehen um dich rum paar Bäume ja also vereinzelt oder? ja niin ja 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 ja